so weiter geht heute mit dem simulator 21 und unserer rundreise die wir jetzt gerade auf fünf aufwerten müssen und ja das machen wir denn heute auch zumindest ist das der plan in der letzten folge haben wir auf gepusht mit heute gibt es wie gesagt weiter unter anderem mit zank ist das zumindest ja in der und indigo ist die nächste große stelle ja das wollen wir natürlich alles müssen wir brauchen schließlich noch ein paar hals stellen die müssen du weißt ja schon rechtzeitig nur rechtzeitig ich glaube wir haben ein bisschen zu früh eingelenkt ich habe ein bisschen zu sehr eingelegt muss ich sagen ist ein bisschen übertrieben da wollen wir dann die kran die wecker zum zimmer packen jetzt ist es der nächste ist die feld ist glaube ich auch noch dann hätten wir den teil auch weg heute ist der große plan mit sand ist das wollen wir haben wir ja auch noch ein bisschen aufwerten und ja und das ist glaube ich noch zwei haltestellen oder so und da hat das gesehen diese leise kann von der raum so so ist das jetzt auch fertig aus der liste ausgestrichen ist das kalt heute abend so eine normale fahrkarte einfache fahrkarte so gerne das hätte sich ein bisschen die zeit getroffen so allerdings nicht schnell ist an die baker park dort enthält kenne ich auch so leute Oh, können Sie mich bitte schnell noch rauslassen? Da gehe ich nicht. Aber gut, mach mal so. Und dann mal Danke gesagt. Na gut. So, wir sind immer noch unterwegs. So, die Haltestelle ist hier. Die ist jetzt auf 2. Also Indigo Hilfe wird auf jeden Fall eine Hausnummer werden. Hey, keine Fahrkarte bitte. Tageskarte. Damit wir auch noch ein bisschen was zu tun haben. Fahrgastage ist okay. Fahrgastage ist okay. Sind ja auch ein Ticket, Tageskarte. Passt perfekt. Passt sogar. So, ich gucke mal, ob wir irgendwo einen Fahrgast haben, wo der Schläger ist. Hier. Ja, die da. Du bist das. Ja. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte. Aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Hier ist meine Fahrkarte. Und hier? Fahrkarte. 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 Ah ja, das weiß ich nicht. Das Ding muss man zum Bus fahren haben. Was passiert, wenn ich mit diesen Knopf hier drücke? Das ist der Schleunersitz, glaube ich, da fliegt aus dem Bus. So. Entschuldigung, ich habe gefordert. Der muss ja keine Fenster. Ach, Spaß. So. Gott, schon. So. 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 Natürlich, wir kommen jetzt eine Haltestelle nach der anderen. Aber die sollte jetzt relativ zeitglar aufgewertet werden. Auf dieser Fahrkarte. So. Gut. Dann. Dich hieß sie. Was ist denn hier? Der disc George? Das ist schon. So. Okay. So. 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 Das ist glaube ich aber schon was ich defalte. Da läuft ja noch ein bisschen mit auf der Straße. Heute läuft das Video, genau die müssen wir noch aufwerten. Da müssen wir noch einmal die Router ran, also step by step, das weißt du jetzt aufwerten. Also vieles ist jetzt auch nicht mehr. Es sind jetzt noch fünf Stadtteile. Wie gesagt, wenn wir dann die, hoffentlich nach dieser Folge vielleicht nur noch vier. Und dann hätten wir schon fast das komplette Ding hier durch. Mal gucken wir, was wir noch haben. Sechs Folgen, acht Folgen, so ein Dreherum. Ein bisschen haben wir noch. Okay. ein bisschen einfach ein bisschen übersehen die manche macht wie gesagt wir haben über vier millionen die sind sehr gut aufgestellt jetzt jetzt keine wusterheit die rutsch verkaufen daher alles gut so herzlich willkommen heute ist perfekt abgearbeitet so sollte den reiff Entschuldigung. Wo ist meine Tasche? So, ich guck mal, ob hier noch was, ob ich gerade vergessen wurde. Ja, ehrlich, ne? Gut. Passt so. So, dann fangen wir wieder zurück. So, Yucalyptus Drive, wir müssen diese ganze Strecke hier noch einmal fahren. Weil, ja, wir müssen... Oh ja, dann werde ich weiter aufwerten. Hm. So. So, was ist jetzt immer, da ist die Haltestelle gekommen? Ja, heute ist unser großes Ziel, unser großes Ziel ist, es ist ja aufzuwarten. Ich habe da fehlt es auch die eine Haltestelle führen. Das ist nämlich die Yucalyptus. Weil, dann hätten wir sie. Ja, da fehlt es noch, ne? Ja, da oben ist es tatsächlich so noch Yucalyptus Drive. Warte, warte, warte mal, was ist denn die Haltestelle? Ach, ne, die sind auch vier. Yucalyptus Drive. Yucalyptus Drive. Yucalyptus Drive und hier oben. Und Oloa Street, warum habe ich die nicht mit drin? Warum habe ich Oloa Street nicht mit drin? Baker Park, Baker Park, West Taravale Street, West Taravale Street, Oloa Street. Die gehört nämlich wieder zu. Silver Park East. Domei! So, ist das die Haltestelle schon? Ja, eh so. So, da sind wir wieder. Yucalyptus Drive. Yucalyptus Drive, Yucalyptus Drive. Yucalyptus Drive, Yucalyptus Drive. Yucalyptus Drive, Yucalyptus Drive. Yucalyptus Drive, Yucalyptus Drive. Und jetzt mal auf. Ist das ein ganz neuer Bus? Ich habe in einer Buszeitschrift alles über dieses Modell gelesen. Ich bin schon lange Bus-Fan. Als Kind wollte ich Busfahrer werden. Ich habe immer gehofft, dass es einmal ein Busunternehmen Angel Shores geben würde. Und jetzt gibt es ihr Unternehmen. Wer weiß. Vielleicht bewerbe ich mich als Busfahrer. Brauche ich den Busführerschein, bevor ich mich bewerbe? Nein! Danke! tatsächlich und ja ich habe mein traum verwirklicht ich bin mittlerweile tatsächlich in bilder bus fahrer ja ich mache das ganze ding was ich quasi mit peter natürlich fahrweise etc verkehrsregeln ja wo wir dabei sind mache ich natürlich sowas mache ich natürlich nicht also ich fahr jetzt hier nicht wie die gesenkte saugen wie live um gottes willen aber jetzt ist es herzlich egal gerade weil es jetzt nur noch um darum geht die stadt der die strecke aufzuwerten der becker steht das wieder so ich hätte mal gerade jemand fahrgast muss mich allein gepennt oder wenn wir bei einer hatte mich gerade angezeigt ist allein geschlafen du vielleicht nein hier ist meine fahrgarten entschuldigen sie die kratzer ich muss dann doch nicht wenn ich jetzt hier los wird nicht vergessen wäre es tatsächlich so weit gewesen hätte man mich eine das ist mir schon passiert wir brauchen warum zu sparen Silver Park West Hör mal, wie saß denn das? Wie saß denn Silver Park West betroffen auf der Route? Wieso ist denn das hier? Wieso ist das? Ich schloss jetzt die Hals, wie man damit soll. Naja, egal. Alles gut. Allein ich hab mal so die Schnee müssen. Werden sie sowieso jetzt noch einmal zu fahren? Und da werde ich dann die Route, wenn ich das Ding noch mal neu laden, die Route noch mal neu laden und dann geht's. Und dann, äh, ja. So, nichts, halt. Ja. Soweit ich die Point Lobos Avenue habe, das ist ja dann hier jetzt die Haltestelle. Ne, Ulo hast wir das jetzt anstellt, ne? Weil das ja noch im Stimmt. Da hat doch Schülertkarren neben mir gespawnt. Die ist jetzt für uns gedacht, die war für den Kollegen. Die ist jetzt für uns. Baker Park, North Entrance. Baker Park, North Entrance. Baker Park, North Entrance. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh, herzlichen Glückwunsch. So, einfache Fahrkarte. Jetzt sind wir jetzt nur 8. Katze. Ja, weiter. Ich bin so verliebt. Ich muss mal ganz kurz meine Katze mitnehmen. Geht nämlich gleich weiter, jubb. Das ist nicht für dich, kleine Mann. so hat er jetzt gerade gesagt dass ich die ausbauen kann so ja gut auf der linie hier das ist der vorteil dass sie alle hintereinander sind die direkt die haltestellen und die soll die kurzen so kurz dinger hier ja diese kleinen randgebiete drei die google weil auf drei Eine Fahrkarte bitte. So. Ach, verliebe ich. So, Golden Bridge geht auf 4. So, dann fahren wir zur letzten Stunde, das ist auf dieser Strecke jetzt mal die Lampus Avenue, danach werde ich die neue Laden, damit wir dann auch weitermachen können. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Busse mittlerweile habe. Ich könnte ja heute sagen, ja, ich komme jetzt erstmal wieder neue Busse und dann hätte ich dann um die Trophäe zu kriegen. Es gibt ja eine Trophäe, wenn ich gar nicht alle Busse besitze. Wie gesagt, danach werde ich die nochmal neu laden müssen, die Strecke. Damit wir, weil die Anfangsroute sagt jetzt gerade, da fahren wir mal zurück zum Yucalyptus Drive. Das brauchen wir ja nicht. Ähm. Das brauchen wir ja dann nicht machen, weil die ist ja schon wieder auf 5. Und ich habe gesagt, vor allem noch 1, 2 folgen wir die noch auf 1. Das geht jetzt hoffentlich zack, 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 dass wir die jetzt ohne Probleme durchladen können, die Strecken. Klar, wir müssen es jetzt immer wieder fahren, immer wieder fahren, immer wieder fahren. Ist natürlich jetzt alles langwierig und langweilig, vor allen Dingen, aber ist es halt jetzt einfach so. Es tut mir auch ein bisschen leid für euch, dass ich das jetzt alles so ein bisschen zieht. Zöhn raus, sogar... Ich bin nicht da im Verkehr kraften. Dankeschön. Ja, dann in der nächsten Folge hoffe ich, dass wir dann... Doch, wenn ich sagt, bis abschließen können. Ich habe nämlich eine Haltestelle vergessen, dass ich sagen. Das muss ich zugeben. Ich habe auch schon 4, glaube ich. So. Das ist ja schon... Es ist ja... Es ist ja halt wirklich nur noch diese... Die Oloa Street. So. Gut, beendet. Ich lade die rote Nummer 9. Point Lobos Avenue. Äh... Jetzt fahren wir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye. Let's play. Bus Simulator 21. Und dann geht es weiter mit dieser Route 48. Und wir wollen dann die Haltestelle... Äh... Weiter wie Haltestelle aufhärten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.